Hallo, hier ist der Martin von Manimankies, das ist die DAX-Analyse für Dienstag, den 18.06.2024 und die Bullen haben sich zum Montag wieder ein bisschen über Wasser halten können. Zumindest mal zum Luftholen hat es gereicht. So richtig zu früh freuen sollte man sich hier wahrscheinlich nicht. Wir sind von der Gegenbewegung jetzt erst mal so etwa hälftig oder mittig auf den Freitag zurückgekommen. Hälftig, ich glaube das Wort gibt es gar nicht, aber ihr wisst was ich meine. Wir haben etwa den halben Freitag wieder ausgekontert. Ist jetzt nicht gravierend überraschend, wir hatten schon vermutet im gestrigen Video, dass er das wenn dann, wenn er denn in den Konter geht und das wirklich abspielt, wie wir das ja schon einen Tag vorher auch haben wollten. Wobei das eigentlich auch nicht richtig ist. Wir haben Freitag gesagt, dass er sich bestimmt von der 200 hochdreht oder wenn ihm eben die Frühstabilisierung nicht gelingt, er sich hier unten noch in die 18, 1, 50, 18, 50 rausstehen kann. Schön schwachen, möglicherweise auch tiefen Tagesschluss setzt, um die Leute zu überrumpeln und zu überraschen und auch ein bisschen für die Short-Seite anzubrennen, anzustecken, dass sie die Motivation auf der Long-Seite verlieren. Das ist ihm ja gelungen und das haben wir ja gesehen, dieses Stimmungsschwangen, da haben wir gestern auch drüber gesprochen. Und demzufolge auch vermutet, dass er Montag schon die Chance hat, die Umkehr zu machen und hat das auch erstmal favorisiert, solange er nichts anderes zeigt. Und wichtig war dann, wie er im Bereich 1880, 18100 umgeht, ob er das dann eben auch im Tagesverlauf nochmal über Boden bekommt. Und er hat sich ja eigentlich ganz gut gemacht. Er hat zwar das Gap geschlossen, das ist ein bisschen wackelig, das zeigt davon, dass er sich nicht ganz so dynamisch angehen will und er diese ruhige, zähe Variante, wie wir es ja auch beschrieben haben, dieses, ich hatte gestern das so gezeigt, dass er sich bestimmt Montag, Dienstag, Mittwoch, so in dem Bereich hier dann so entwickelt, ja, vielleicht auch einfach bloß so eine 18300 bis 18400 erreicht und dann der Donnerstag, Freitag so ein bisschen diesen Knack reinbringt. Der muss den Knack nicht oben reinbringen, kann unterseitig, wir haben Verfallswoche, ja, da rechnen nicht nur im DAX verschiedene Produktgruppen ab, was das Ganze so interessant macht, sondern auch international, ja, das geht im Eurostox weiter, das geht in den ganzen anderen Ländern weiter, das geht auch, wo die Amerikaner rechnen ab, die haben auch Hexensabbat, das heißt, dass es überall Bewegung drin erhalten, die Amerikaner natürlich deutlich später, bei uns ist der Hauptteil schon um Mittag rum dann passiert, wenn er machen kann, geht das, glaube ich, nach 21 Uhr dann los, aber es ist der einzigste Kurs im Monat oder auch, man kann sagen, im Quartal, wo eine so viel Zahl an Produktgruppen eben abgerechnet oder verfällt und wo es bei denen wirklich genau darauf ankommt, dass genau zu diesem Zeitpunkt ein bestimmtes Niveau erreicht wird, damit die eben eine hohe Prämie oder eine geringe bekommen oder eine hohe Auszahlung für ihre Produkte, die sie haben oder die Produkte eben wertlos verfallen und das hat für die Emittenten auch wieder Interesse, vielleicht die einen oder anderen Punkte da noch ein bisschen nachzuhelfen, damit die Kunden mehr Geld verlieren und der Emittent sich das in die Tasche stecken kann, das bringt einfach ein bisschen Würze rein und deswegen sieht man immer wieder in Verfallskursen, dass die Kurse, sagt man so als Beobachter, die verhext hin und her springen, deswegen heißt es auch Hexensabbat, ja, und in so einer Woche befinden wir uns jetzt, das heißt, wir sollten uns hier schon auf gut Bewegung noch gefasst machen, zum Montag hat er jetzt erstmal ganz gut mitgespielt, hat sich hier unten jetzt abgefangen, hat sich relativ ruhig auch runtergleiten lassen, wir hatten ja gesagt, wenn er von 1880 richtig verprügelt wird, das wird er nicht, er hat sich sogar richtig schön auch in die 18150 erstmal reingehoben, schöne 950 Spritze, so wie wir es haben wollten oder auch angesagt hatten und dann kamen zwar die neuen Taxis, aber eben so ruhig, haben wir dann auch bei 1830 rum im Premiumdienst auch nochmal gesagt, also jetzt kann man schon fast über, oberhalb von 1830, nee, 1860 haben wir gesagt, wenn man 1860 wieder davon ausgeht, dass er wieder auf 18150 und vielleicht sogar Richtung 18220 schon tigert und da ist er jetzt auf dem Weg, die 18150 hat er schon erreicht, 18220 könnte jetzt zum Dienstag dann relativ früh auch gleich erreicht werden, das wird dann der nächste kleine Punkt, an dem er sich abzappeln kann, das heißt, eine Reaktion von 18220 auf 18150, vielleicht sogar 18100, muss eingeplant werden, der hat hier viel Zeit jetzt, der muss hier nichts überstürzen, könnte also hier ein schönes Gewirke geben und wenn er es dann hinkriegt, vielleicht über 1860 den Dienstag abzuschließen, wäre weiterhin in dem Szenario, was wir am Donnerstag vor Augen hatten, dass er sich über den Freitag, Montag eben stabilisiert und dann in der Verfallswoche hier wieder ein bisschen stärker zurückschieben kann, ja, also wenn wir hier tagsüber 260 kriegen, würde das erstmal sehr dafür sprechen, dass er da in der Erholung noch bleibt, das soweit die Erwartungshaltung auf der Oberseite, ja, 18220 habt ihr gehört, ist jetzt der nächste wichtige Punkt auf der Oberseite, der natürlich auch Reaktion nach unten erwirken kann, sollten wir schwächer reinkommen, tiefer starten ist mir so, ja, wo ist die Kante, die Kante ist eigentlich recht tief jetzt, die Kante liegt so um die 18000 rum, man könnte aber eigentlich auch schon fast unter 1880, 1860 ein bisschen den Strich ziehen, sollte da tiefer fallen, wäre das schon ein kleines Warnsignal, ja, das gegebenenfalls hier nochmal ausholt, anbieten würde sich nach wie vor der Bereich um 29 bis 880, wird jetzt auch vom unteren Bollinger Band hier im Stundenchart gedeckt, ja, also kommt richtig Schwäche rein und richtig Druck, auch über Xetra-Start und so weiter, dann habt ihr ein bisschen auf dem Radar, dass da auch nochmal ein neues Tief kommen kann, ja, nicht, dass es den einen oder anderen Erfolg von den Socken haut, ansonsten, wir sind erstmal in der Wartungshaltung, die wir hatten, der Freitakt tief geschlossen, der hat die Leute verunsichert, perfekte Musterabschluss, also wird sehr gut auf den Musterabschluss passen, perfekt, können wir vielleicht streichen, dafür war es ein Takt zu tief, aber es ist ein schöner, möglicher Korrekturabschluss, das heißt, wir sollten jetzt hier schon ein bisschen genauer hingucken, wie der sich jetzt nach oben durchschlängelt, ja, nicht, dass er dann schneller höher steht, als dem einen oder anderen das Dieb ist, ja, nächster Punkt, 220 und, ja, dann 260, 330, ich kann mir aber vorstellen, dass das zum Dietzer alles, das eher ein bisschen gezapplicher hier abläuft, dann ist ein bisschen stärker auch ausreagiert, die einzelnen Bereiche, das dazu, Seminar habe ich jetzt nur noch einen einzigen Platz frei, ja, wer Interesse hat an Premium, nee, Entschuldigung an, Premium bitte nicht anschreiben, das ist gesperrt für Posteingang, an seminar at money-monkeys.com, ich hänge die Mail auch nochmal hinten dran, ja, mehr habe ich nicht, mehr habe ich nicht, macht was draus, viel Erfolg morgen, ja, tschüss.